Wir haben alle eisblauen Haaren! Ein Date mit Meeresgrund. Was? Wieso verkaufst du mich hier? Zwei Dates mit Meeresgrund. Je mehr dich mehr ist, desto mehr wird es. Es ist schön, dass ihr zuerst attackt. Ihr braucht anscheinend keinen Tank. Wir hätten erst gesagt, dass wir sowas brauchen. Wieso machst du schon wieder? Du stirbst. Quatsch. Ich muss eh mal dann nochmal zurück. Gehe. Stopp. Heel is in the middle of the air. Everywhere, look around. Was Läufe sind die eher, wo wir das Raum sprechen? Wäre da keiner der Attack Speed? Ich brauch den nicht, ne? Komm, ich nehm beides. Egal heute. Heute lasse ich fünfe gerade. Geht ja zum Glück nicht mehr. Früher ging das ja mal noch. Ich hab gleich schon, wenn ich meine Ult hab, Leute. Ich ulte sofort. Das ist richtig genial. Weil keiner von denen hat Beads. Genau. Aber warte noch bitte, bis ich auch meine Ult habe. Das wäre ganz cool. Nee, du hast doch ein Tornado. Ach so, ja, ne. Okay, jetzt hab ich's aber auch. Ist okay. Könnt ihr mal die spinnen? Ja. Das wäre cool. Okay, Ult, das war leid. Bein ist auch bereit. Meiner auch. Ich hab grad ein Level ab. Ult den Ares. Oh, geil. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Lass mich, hau ab. Blöde Spinner. Sehr schön. So, jetzt sollten wir uns jetzt zurückziehen. Danke euer Leben. Da haben wir ganz kurz gezeigt, wo der Hammer hängt. Rechtsfahrverkehr bitte. Nicht drängeln, jeder nur ein Kreuz. Ja. Ja. Was? Draußen bitte in die Reihe stellen. Genau. Hey, Freispruch. Ach du glücklicher. Bleib verarscht. Wovon redet ihr da? Was ist das für ein Katappi? Man, werft ihn auf den Punkt. Im Kontinentia. Halt, den hab ich schon lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Ja, das merkt man. Hit me. Aber das sind doch Kontinentia. Mach mal hier die Göre weg. Die Göre? Lass Preien freien. Preien? Wer ist Preien? Oh, schöner Pull. Ohhhh. Ja, der hat den Puschel zu puten. Ja, enttalt ich ihn noch einen Ponzer. Alter, Belona ist echt. Ja, Rath, ne. Killt mich. Warum macht's denn sowas? Warum lässt's denn das zu? Achtung, geh doch da nicht. Geh nicht die Minions. 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 Zurück, vorsichtig, du bist alleine. Was, wie tust du? Ach, Kacke. Alex. Katafi. Was war'n das? Für'n Unsinn. Weiß ich. Eine erotische Stimme und ich muss jetzt mal mein T-S ausmachen. Wie bitte? Ich kann ulten. Ja. Guck mal raus, kommt mal raus da aus der Mitte. Oh, drei. Oh, oh, oh. So schön. Go, go, Athena kann auch nachulten. Nachulten, wie sie sich das anhört, ey. Hallo. Ich bin ready. mitgewonnen. Ja. Selten so'n guter Engage gesehen. Ha ha ha. Nächstes Mal was du willst. Ja. Mist. Mist. Das musste nicht sein. Doch. Guck mal. Alle Minions weg. Ja. Ja. Komm runter, Baby. Oh. Schön weggehüpft ist er. Rumor in Victor. Krabbelt das eklige Krabbelviech da einfach weg, ja. Oh, ernsthaft? Ja. Da sitzen sich einfach ab. Hier, grill die anderen. Sehr schön. Oh. Oh, die Arachne. Mama. Stink. Ey, Nubert hat gut aufgemacht. Lauf, 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 lauf. Ich spiel'n bisschen Block-Schild und so. Der Schildblock. Ja, aber die Arachne ist dann auch deswegen. Oh, oh. Schnell raus. Weg, 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 weg. Lauf, 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 lauf. Hilfe, 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 Hilfe. Der Mann an mir. Fist. Nein! Oh, hab ich nicht gesehen, das werde ich mich nicht davor gestillt. Ach, kein Ding. Das wird schön, gib mir mal ein bisschen Zeit, bis ich ein bisschen tankiger bin. Ja, wir liegen doch auch vorne. Die raspeln mich einfach weg gerade. Die, die da vor allen Dingen, die Arachne ist richtig krass. Das ist mir ein bisschen besaßen, süßes Süßes. Ich hab auch gehört, die Arachne ist eine richtige Bitch. Aber echt, ich kann gleich wieder. Ja, das ist natürlich der Vorteil, den wir haben bei 4 Physicals da drüben. 3, 1. Okay, go. Oh, die sind da drin. Wirklich? Ich hab die alle, ich hab die alle. Oh Gott. Jaaa. Sehr geil. Nice. Verdammt. Mach die weg, mach die weg. Ah, nein, der Stun. Der Nougat ist echt ganz cool, ne? Ja, sehr gut. Nice. Schön hole rein. Let's see. Hold up, hold up. Ja, da kommt sie wieder. Oh. Guck mal wie schnell, guck mal wie schnell. Sag, sag, sag. Ja, das ist nach Arachne. Die ist momentan noch sehr betroken. Ist äh, mehr als bei einem. Ich hab jetzt erstmal Full cooldown, dann motivier ich Mystic May. Okay. Stop it. Voll mir auch, cooldown. Dass ich immer mit dir zusammen asegere. Das ist gut. Ey, die pod... Ja, die machen die was. Aber du kriegst nie die Kills, ne? Ist jetzt noch kein Teleport-Kill, oder? Ne, ne. Kommt noch. Ja, das war schon so kurz davor, immer gerade eben. Ich kann gleich wieder. Zwei. Die zwei machen wir noch hier. Oh, sicher. Schade. Entschuldigung, ich habe es zu spät gesehen, dass es noch gar nicht so weit war, aber ich musste meine... Mach! Bodyblock-Follow. Soll ich Anti-Heal-Born wegen der Heal, ja, ne? Ja, das wäre cool. Oh, ich muss mich zurückziehen, aber ich schaffe es. Nichts. Ist ein Gehacke hier. Offene TBCs habe ich so. Offene auch noch. Alter. Oh. Stopp. Okay, Nine. Flirsch ans Mal wieder witsch media, oh my god. 분- tô. Nice. Nehmen die einfach mal mit. Oh ja, oh ja. Sehr gut. Ah nein, die mit dem Ult auch noch. Kommt! Come on, dann hit me! Der kommt noch. Da, hab dich gehittet. Jetzt raue ich ab. Ich bin weg! Oh Gott, ich lebe noch mit 40. Lauf, lauf. Die Nice hat auch keine Ult. Ne, Arachna. Es leckt schon wieder total bei mir. Also, Arachna war eben hinter mir. Jetzt ist sie vor mir. Jetzt ist sie an der Seite. Boah! Fang gleich in 6, 5. Alle rein in den Sturm. Supergut. Wuhu! Wuhu! Ja, der meintest du nicht. Wuhu! So, Achtung hoch. Okay, jetzt kommt's an. Sehr gut. Kann nichts dafür, ich hab Lust nicht gemeldet. Ja, ist das völlig legitim. Du weißt doch wie das ist. Im Teamspiel gibt's keinen Killstil. Okay. Oh, so geil, wir brauchen nur hinterherlaufen. Tick, 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 tick. Ich krieg alle Kills. Ja. Sorry. Kein Ding. Wuhu! 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 Ebel, das ist zu viel. Ich werde noch ein paar Stabel aufbauen. Let's for here! Oh Gott! Dann halt nichts. Ich geh ja schon wieder. Ja, ich geh ja schon wieder. Ist okay, ich geh ja. Nehmen sie mal alle mit. Ich geh doch. Hab's alle? Gut, dass du Rea gut hast, ey. Oh, nice. Nice, nice, nice. Gut, dass du Rea gut hast? Was heißt das? Gut, dass du Rea gut hast. Achso. Heißt das so ähnlich wie, äh, du bist in der Rea und nicht mich? Ja. Was? Ah, das geht voll ab. Ja, ne, es geht doch in meinen Sturm. Das macht doch Spaß, du Kleine. Hehehe. Let's do this. Ah, das hat nicht gereicht. Ich muss mehr Stacks aufbauen, Leute. Ihr müsst mir die Minions lassen. Yes. Hast du mehr Stacks? Baust du auf Stacks oder was? Ja. Mach ich immer. Funktioniert super. Ahja. Zeug ist aber auch. Deswegen ist das so ne Sache gerade. Aber jetzt erst seitdem gerade. Dann hat jetzt, äh, Kevin den Vortritt. Oh, nice. Aber ich hab zwei Items für Stacks. Nein! 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 Wie fucking low die sind. Ich glaub's nicht. Hier liegt übrigens noch, wenn ihr an der Zeit hat, liegt ein Red Buff. Da wär ein Nuva jetzt gut gewesen. Ja, ehrlich mal. Oh, danke. Oh Gott, danke. Ohohohoho. Ohohoho. 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 Voll weggezogen. Ich wär tot gewesen. Ähm, du kannst jetzt mal Stacks aufbauen, Zeus, wenn du gerade vorne bist. Okay, danke. Aber ich bin eh erstmal tot. Abbedien dich. Achso. Ne, ich muss auch in der Base. Der Base. Tz, itz, itz, itz. No, no. No, 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 no. Meine Ult wäre wieder ready. Ich meine auch. Wir können. Sollen sich mal versammeln. Ja. Boah, ich hab's erledigt. Schade, hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.